So und da sind wir wieder. Diesmal Keif bereits. Und wie ihr seht, alles Aussehen hat sich geändert. Die Schultern sehen jetzt besser aus. Hoffe ich zumindest, dass sie es tun. Ich finde sie so besser, wie sie jetzt gerade sind. Also dann, was haben wir denn an Quests da? Nur die Karawale. Rex Sprenger. Okay. Röschel. Was ist in der Hölle? Oh... So, ich habe noch nicht gesagt, dass ein bisschen wasser zu sein ist. So, jetzt geht es nach... So, jetzt gehen wir und wieder an die Verwärter zusammen. So, ich habe noch keine 국민, die sich in eine Gewinne gewaltt. So mache ich noch etwas, in der Hölle! Das ist ja Das ist ja Jaja, dann wird sich amüsiert und zwar köstlichst. Und vom Feinsten, dass es ... ... Ja, ja. So, haben wir das hier erledigt? Wir haben geöffnet. Geöffnet. Ihr seid jederzeit willkommen. Was hast du denn? Nichts. Es geht ums weiter, ja. Ah, hier ist mein Flugpunkt. Ich krieg mir viele Wunden im Ork! Ganz auf! Möge eure Klinge niemals stumpf sein! Da drin gibt's noch ne Quest und hier außen auch noch. Ehre den Sindurai! Die Gerechtigkeit wird aufsiegen! Braucht ihr etwas? Auf dann! Was kann ich für euch tun? Für die Allianz! Gibt's da oben noch was? Gibt's da oben noch was? Das ist ein Argen vom Kreuzler. Ja, hier hat er rein an den Blenden. Kann ich euch essen? Schönen Tag auch! Hallo! Man sieht sich! Er hat gegrüßt! Ich muss das mal reparieren! Und dann... Nein, nicht zu! Kann mal hier runter schauen! Und 3, 2, 1! Drück! So, verhindert man perfekt Fallschaden! Und jetzt geht's weiter! Moment, Moment, Moment! Da ist doch schon mal hier ein Fragezeichen! Unsere Feinde werden fallen! Was auch immer das für ne Quest war! So, dann... Haben wir jetzt... Allianz! Macht man das? Macht man das? Wir holen uns... ...zuerst den Kopf! Genau! Wir holen uns zuerst den Kopf! Wir holen uns zuerst den Kopf! Ja! Ja, wir wollen zuerst Leute kämpfen, das ist Priorität, das ist, ja. Wo, da kann man eine Stufe 12? Moment, hab ich da was? Also dich will ich nicht an erster Stelle haben. Kriegspot. Also ich hab den, den ich finde. Da müsste ich alle mal ein bisschen lernen. Wo ist sie? So, machen wir mal ein Theater. Also. Kampf. Emil Großer. Ja. Keiner Stur. Kommt ihr Kraft zum Klärer. Tau mal Feuer rein. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Dann können wir uns jetzt fangen. Oh, das ist gut, das ist gut. Ja. Ja. Wie zieht das rein? Wie zieht das rein? Wie zieht das ein? Ich werde nicht mehr rein. Hm. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Es ist eine gute Idee immer in der Kruft hinabzusteigen. So, dann haben wir hier ein Kruftchen. Und tschüss. Und dafür sogar ein Level abbekommen. Jawoll. So, dann gehen wir jetzt hier. Ein kleiner Pamela besuchen. Okay. Na, Pamela. Oder Pamela. Irgendwas Pamiges. So. So. Und das hier noch zur Vorder. Das ist gerade ein bisschen arg. Unsauber wie das hier gerade. Ach komm. Gut. Wir gehen mal hier auf 4. Dafür läuft es jetzt wieder schöner. Schön rund. In einer Höhle ist das. Interessant. Zumindest sieht es nach Höhle aus. Ja. Ja. Aber doch nicht schön. Ich weiß ja nicht, wieso das Ruckeln hier auf einmal ist zwischendurch. aber. Hm. 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 Da ist er. Jawoll. Ich versuche auf den Berg zu kommen. Ich versuche auf den Berg zu kommen. Ich ist leider schon tot. Gucke und nochmal was. Okay. Okay, ich versuche auf die Stelle. Oh, das ist ein Rammel, wenn ich einen Teuton schaffe. Ein von meinem Jäger. Oh, Jesus. Oh, okay. Das war ein Schnau. Die gibt's gar nichts da. So, eine Star-Zog-Puppe. Die können wir erst jetzt holen scheinbar. Ja, wir haben einen Fallschaden bekommen. Oh Gott, stimmt. Geistervergangenheit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh Gott. 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 Ja, pass mal dann durch. Ja, ja. Puppe zusammenflicken. So, da sind zwei fertig, dann jetzt nur noch die Kriegwesten, soll ich mit Ledermaus 13 Stück töten? Dann haben wir doch auch schon wieder eine ganze Menge. Ich hab die Edwons jetzt schon so bösartigst reflektiert. Und trotzdem, ich wüsste gerne was. Ah, ganz ehrlich, du kannst weg. Du kannst weg, das Schleitermaus immer weg. Das Schleitermaus auch raus. Du kannst von mir aus weg. Wommen brauche ich eigentlich nicht, dass es... Das ist ja noch nützlich. Es war halb. Machen wir doch mal. Ja, doch. Ich kenne einen Morgen. Jetzt werde ich bald, dass ich sehe, was mich alles trank ist. Ich kenne mal. Jetzt bin ich mal. Pitzwieske. Guck mal. Ja. 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 So, ich weiß gar nicht, dass das hier Abhängigkeit deaktiviert ist, da ist Stabil. Okay, Stabil. Jetzt weiß ich wenigstens, was du bist. Fürs Auktionshaus. Alles klar. Okay, so. Ja, teilweise trotzdem noch. Konfigurieren. Tiny parts. Oberleiste. Plugins. Nein. Informant. Nein. Aber wenn ich auch mal spielen kann, weiß ich nicht. Ich suche eigentlich hier viel Framerates, aber will er nicht? Okay. Dann nicht. Ja. 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 Wie passiert jetzt? Ich weiß, dass ich da bin. Ich weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ja, ja, ich weiß nicht. Das ist immer bei mir zu lassen. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Das brauchen wir da. Nö, war einfach okay. Okay. Ah, dann gibt es ja noch diesen Buff. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Aber er hat das Oberbatui schon sehr nützlich, weil es die extra schönen Angriffe hat. Mal kommen. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Oh, ich sehe jetzt weiter da. Das Problem ist, wenn ich zum Beispiel das Oberbatui an habe. Das ist gut. Dann ist die Leiste hier der Fang. Auch hier meine Rufleisten. Und diese ganzen Erfahrungs- und Rufleisten sind dann eben über. Ich habe dann zwar noch diese hier, aber... Ich habe dann zwar noch diese hier, aber... Ja, dann... Nein. So, jetzt kann ich das Ganze auch ein bisschen anbleiben. Ich habe jetzt mal ein bisschen an den Wörfen. Ich habe jetzt mal ein bisschen an den Wörfen. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen an den Wörfen. Ich habe jetzt mal ein bisschen an den Wörfen. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen an den Wörfen. So, wenn man schon richtig war, dass es da seid ihr dann jetzt mal schön live dabei sein kann mit Nerven. Ich komme ja hin, gar nicht. Ich kann mir so ein bisschen mehr Raum geben. Ich packe mal dann auch gleich hier hin. Taschenzeug kann man da hin. Ich packe von her aus. Schön dran. Und ich kann auch erstmal hier hin. So. Leiste 5. Leiste 5. Leiste 5. Steht gerne mal im B. Eigentlich würde ich das sagen. Aber ich mache jetzt. Ja, geht doch. Und hier störst du dich ja im Prinzip. Das ist immer so eine Futterarbeit. Aber ich finde, dass das dazu gehört. Ihr wollt ja schließlich auch wissen, was ich so tue. Ja. Ich bin jetzt schön auf ein. Ja. 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 Also so. Jetzt die Extraaktionsleiste. Die kann ich da lassen. Flugzeugleis. Fahrzeugleiste. Das hier. Begleiter. Der muss einfach mal hier drüber sein. Dann können wir nicht Abstand haben. Das hier. Ja. So. Reicht wieder alles. Tada. Und jetzt können wir hier feuchtfröhlich alles abgeben. Wie kann ich euch helfen? Für die Harte. Ja. Ja. Hallo. Man sieht sich. Und er gibt uns auch gleich eine neue Quest. Das ist ja absolut nicht vorhersehbar. Nachdem wir diese Quest abgegeben haben. Ähm. Das ist in Länge. Ich will einfach nicht aufschauen. Weil dann keine Ahnung was. Braucht ihr etwas? Seid vorsichtig. Und dann. Ähm. Muss ja noch mal hier. Wo was zu machen. Schein da. Und. Ist jetzt was. Ich habe, wonach ihr sucht. Was? Kein Tränkel. Naja. Hi. Ah. Oh. 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 So sieht man sich wieder. Ähm. Ah. Okay. Ich werde da noch. Hier sucht doch etwas. Was ist es? Seid sicher. Raus nehmen. Das ist. Beschissen so. Glücklich beschissen, Alter. Na. Farben. Um Fenster. da kann durchsichtig sein, so. Ja, in der Quant, da darf es so sein, und das war's, mehr drauf kann ich jetzt noch von der Instanz. Und dann, ja, wenn wir euch ein bisschen tun haben wir hier ein bisschen was zu tun, aber wir sehen uns in der nächsten Folge und ich kümmere mich doch noch mal ein bisschen mit uns. Bis dann, ciao, ciao!